Hallo zusammen, ein kurzes Video-Unboxing zum TGV von Märklin, den wir euch vorgestellt haben. Wir haben das erste Waren-Set bekommen mit der Nummer 43423 passend zum TGV 37-793 von Märklin. Was genauso gut geprüft ist wie der TGV. Das Waren-Set verfügt auch über Innenbeleuchtung und ist mit dem Design 1. Klasse bedruckt. Dieses zeigen wir euch im Video. Eure Lisa und euer Christian. Glockenzeig. 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020